Jetzt geht's los! Wer es noch nicht gemerkt hat, wir sind gestartet. Und von nun an seid ihr auf euch allein gesteckt. Hat jemand Angst? Männer haben immer Angst, wenn eine Frau am Steuer sitzt. Die Angst ist durchaus berechtigt. Wir fangen ganz gemütlich an. Achtung, das Ein- und Ausatmen während der Wachfälle nicht vergessen. Weißt du, was ich krass finde, dass man ja gar nicht den Übergang von der Giraffe sieht. Und diesen Nacken ausweichend mit Sauerstoff versorgt werden. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Von der Tränen, von der Seen, von der Breast, von der Breast, von der Breast. I want to get away, I want my way. Yeah, yeah, yeah. I want to get away, I want my way. Yeah, yeah, yeah. 85 Meter und was ist denn da? Ach so, fertig, die Unruh von dem Strom, der Anfang vom Ende. Achtung, Perich, ach so, könnt ihr bitte unten ein bisschen zurücktreten. Das klappt nicht immer, wenn ich hier sitze. Und manche Trecken kriegt's auch nie wieder raus. Achtung, Perich, es ist soweit. Wir starten den Countdown. 6, 5, 4, 3, 2, 4, 0. Bums! Ähm, ein Moment. Ich hol mir nur die Gebrauchssammel. Moment, alles in Ordnung. Ich mach nochmal. 10, 1, 8, 7, 10, 10, 1, 8, 7, 10, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Äh, jetzt nicht nervös werden. Alles in Ordnung. Alles super in Ordnung. Ähm, hallo? Ähm, ja. Alles gut. Könnt ihr bitte wieder runterkommen? Hallo? Ihr müsst wieder runter. Hallo? Essen ist fertig. Aber es wird doch kalt. Kommt doch bitte wieder runter. Hallo? Silvana, Farabina, Eschenfalia, Quilenta, Llorona, Sautei, Flaminia, Ach, glaub ich, was da ist. Kommt doch mal irgendetwas runter ins Esszimmer. Yes!